Moin Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, dankeschön. Ja, vorab, es ist ein kleines Update-Video, Infovideo, wie auch immer. Ja, ich habe ein paar kleine Fails, die ich beichten muss. Ich habe leider... Bei Hard Reset habe ich beendet gehabt, habe aufgenommen gehabt und habe festgestellt, dass die Aufnahmen für den Arsch sind. Und das Spiel... Beziehungsweise, wie gesagt, die Aufnahmen sind für den Arsch. Und ja, das Problem ist, ich kann es jetzt nicht wieder erneut zocken. Ich müsste ein komplett neues Spiel starten. Und ich habe keinen Bock, ganz ehrlich, das bis hinten durchzuzocken. Es wäre jetzt nur noch ein Part gewesen von ca. 21 Minuten. Heißt, die restlichen 21 Minuten fehlen zu dem Let's Play. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Wie gesagt, ich habe da keinen Bock, das Ganze nochmal neu durchzuspielen. Und ja, ich hatte ein zweites Setzeit angeschlossen gehabt, deswegen waren die Aufnahmen dann für den Arsch. Bei Sleeping Dogs muss ich mich auch entschuldigen, wobei ihr eigentlich eher weniger verpasst habt. Da war lediglich nur eine Rettungsaktion von Katushka, wo ich Illyana gerettet habe. Und die Mission ist eigentlich total super verlaufen. Heißt, da ist gar nicht groß wirklich viel passiert oder so. Ich habe da insgesamt drei Missionen hintereinander in dem Sinne abgeschlossen, nur um Illyana da zu retten. Beziehungsweise Katushka auch. Heißt, die Rettungsmission habt ihr jetzt nicht verpasst, aber trotzdem sind dafür jetzt zwei Parts draufgegangen. Devil May Cry DMC darf ich nochmal neu aufnehmen. Heißt, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich da jetzt eine bessere Nahrung eventuell mache. Und, ähm, ja, wenn ich da schon die Seelen habe, also nicht wundern. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist Hard Reset jetzt beendet in dem Sinne. Und, ähm, ja, was ist noch beendet jetzt? Blue ist jetzt auf jeden Fall beendet. Und, äh, ja. Ich würde sagen, ähm, wir sehen uns dann jetzt in den nächsten Projekten. Crysis kann ich leider nicht aufnehmen. Ich weiß es nicht. Ich versuche es noch rauszufinden, dass ich, äh, Crysis aufnehmen kann. Und, äh, weil das wollte ich eventuell auch noch let's playen. Im Moment habe ich ja noch zwei andere Projekte gestartet. Ich will erst mal so nebenbei noch wissen, ob ich Crysis aufnehmen kann. Ähm, ja, wie gesagt, also, äh, ich werde gucken, dass ich Crysis, äh, zum Laufen kriege. In dem Sinne. Ich hab's ja original. Ich meine jetzt halt eben, ich hab nur kein, äh, keine, ähm, wie heißt es? Keine FPS-Anzeige. Wie sonst immer. Äh, aufnehmen tut er nur Black Screen beziehungsweise nur die Maus. Und das war's auch. Naja, wie gesagt, ähm, wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Ich entschuldige mich, wie gesagt, nochmal für Hard Reset. Ähm, und für Sleeping Dogs. Wobei ich für Sleeping Dogs, wie, wie gesagt, ihr habt wirklich nichts verpasst. Und, ja, wie gesagt, äh, ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf die kommenden Let's Plays. Und, äh, ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war's von meinerseits aus. Und, äh, wie immer, wenn ihr euch irgendeine LP gefällt, oder wenn ihr Vorschläge habt, was ich Let's Playen soll, schreibt es einfach in die Kommentare, oder schreibt mir eine PN. und, äh, und, äh,